Hallo Leute, hier ist Timo. Neue Ausgabe von Timo Hampel. Thema ist DFB-Schwierigtherr und trotzdem ist bei Trostrem, wenn so ein Lässer mit Traumwagen runtergeschleppt, große Tate, dem ich finde das übertrieben. Ja klar, da ist Trostrem ne Lässerung immer vordig und du hast nicht erst nichts genommen hat. Und ich will gerne diesen Rundtaten einmal sparen können, wenn so viel es ist, du musst ihn kümmern, das ist eigentlich euer Aufgabe, Schwierigtherr. Eigentlich, ich weiß nicht, er ist Hilfe der Macht in dem leeren Tag und Trostrem, das ist meine Meinung. Und mein Wurschweren, die Regelende sollte, ihr abwärtslohnt, wenn man Spiele noch drauf ist, wenn man eine Weile jubelt, nicht ruhtet den Müll abwärtslohnt. Und klar, gib ihm wohl die Tate von Unsportlichkeit. Und trotzdem will ich, du finden, doll fair abläuft. Nachte gleich hier rum mit Karte. Wenn du rum mit Karte gibst, gibst einfach die Bekarte und nimm das auf Besicht auch ernst. Das ist mein Tipp gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. DFB-Scherichtherm von Timo Hampel 3 4